Heute zeige ich dir, wie du Postkarten und Bilder ganz einfach an der Wand anbringen kannst, ganz ohne Bohren und Nageln. Dafür braucht ihr einfach diese zwei kleinen Aufhänger. Die befestigt ihr an dem Bild und könnt es ganz einfach an der Wand platzieren. Das coolste daran ist, ihr könnt es ganz individuell einfach austauschen, so wie ihr Lust drauf habt. Und wenn ihr es gar nicht mehr an der Wand haben wollt, könnt ihr es ganz einfach durch Drehen entfernen, ganz ohne Rückstände.